jo leute willkommen zurück zu lego star wars komplettes saga kapitel 5 gefangene in der wolkenstadt story episode 5 das imperium schlägt zurück kapitel 5 gefangene in der wolkenstadt so jetzt muss ich jetzt gucken wie der text weitergeht wenige wochen nach beginn seiner jedi ausbildung bei yoda hat luke skywalker eine vision in der seine freunde gefangen von darth vader sind gegen jodas rad setzt der impulsive junge jedi in seinem x-ring kurs auf die wolkenstadt dort hofft er han solo und prinzessin leia zu finden in einer in seiner eiler ahnt er nicht dass dass vader diese falle in wahrheit ihm gestellt hat diese falle in wahrheit ihm gestellt hat ok uhr hehehe hehehe so! best piss da wo es die banner gas herkommt okay 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 der fühlt sich ein bisschen ekelhaft an zu lenken ja sehr schön okay wir basteln unseren x-wing mal eben um ist klar ja wer braucht doch schon einen x-wing das war knapp wow wir sind ein wahrer jedi und wir haben den roten stein bekommen ups hoppala ja gut da muss ich wahrscheinlich erst hier rüber wieder ich weiß nicht ob man das auch sieht aber es ist richtig eklig mit dem zu springen mal gucken schafft er das ja schafft er anders wäre ich dauer nicht hingekommen so und aha ach so einen moment ich müsste erst mal aufmachen ja mach du mal luke ich sehe nicht so all zu viel okay zack sterbt zurück so zack 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 so was ist das hier eigentlich kann ich damit was basteln ja kann ich ich habe was ist das hier und da drauf nein du sollst dich da drauf setzen und So. Und... Achso. Okay. Dann halt nicht. Nur Kopfgeldjäger können hier rein. Ja, er hat so. Gehen wir mal rein. Oh. Kann ich die verarschen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, das ist schon der Wähler-Kampf. Ja. Stirb, Wähler. Verdammt. Jawohl. Diesmal habe ich ihn erwischt. Aha. Jawohl. Hast du gut gemacht, R2. Ja, 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 ja. Und... Zack. Kann ich ihn? Okay. Was haben wir denn noch so alles hier? Kann ich da rüberfliegen? Ja, ich kann da rüberfliegen und mir einen absnacken. Okay. Ja. Und... Jetzt. Und... Ja. Ja. Jawohl. Klatsch Ich habe ihn besiegt Und das wird jetzt ein Kran, oder was? Ich nehme an, das ist ein Kran Ja, das ist da oben der Kran Mit dem ich jetzt Ne Nein Sonst da rein Hallo, danke Ja Und jetzt fahren wir R2 darüber Und der macht jetzt da drüben auf Geht doch Eins, zwei Eins, zwei Ja, das ist mir geil Jetzt bin ich ja nicht der doofen Mann, der da runter gefallen ist Aber Luke, du kannst nochmal hier hinkommen Weil du musst ja als Sturm-Ötruppler da durch Okay Zack So, hallo Ich bin's Der Sturmtopler, der sich den Kopf angehauen hat Sehr schön Was ist denn das hier? Nee Nee, da komm ich nicht dran Definitiv komm ich da nicht dran So, trotzdem muss ich hier lang Alle, hopp So, einmal umdrehen Und einmal als Gable benutzen Wo ist der verkackte Roboter? Ja, R2 Komm mal bitte hier hin Ganz ehrlich, wo ist der verkackte Roboter? Achso Komm her Ja Ja So Ist mir egal Ey, ich bin einer von euch War ich zumindest gerade noch Jawohl Sterb Sterb So Und Zack Fertig gebaut Was Kann ich hier bauen? Auch irgendein Schmarrn Okay Damit kann ich Okay Damit kann ich nur Stirb So Kaputt 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 Jawohl Jawohl So Jetzt muss ich einmal Das hier runterfahren Zack Zack Und Und Zack Einmal runterfahren Einmal hochfahren Einmal hochfahren Ja Sammel ein Und Vader kommt Zu mir Und Vader geht wieder hoch Naja Du kämpfst hier Und ich Hole Vader runter Gut Dann Kämpfst du halt Nicht Und Ich hole Vader Trotzdem runter So Und Jetzt Zack Ja Jawohl Nein Falsche Richtung Wir wollen runter Und Dann Wollen wir wieder hoch Schade Timing ein bisschen Verpasst Erledigt So Auf zur nächsten Phase So Ja Oh shit Okay Warum lenkt er den So ab Dass er selbst Daran stirbt Ja Okay Moment Wir machen das so Glaube ich Ah Okay Ich mach die einfach runter Kann ich den einfach Ach schade Ich wollte den jetzt eigentlich tasern So Ey Ich bin nur ein lieber Roboter Klatsch Klatsch Vergiss es Vergiss es Jetzt muss ich da wieder rüber latschen So Oh Da war Da war Ein kleines Herzchen Für mich Okay Kann man wirklich Man kann den wirklich so tasern Und Komm her Da war der erste Und Da war der zweite Ich bin dann schon mal drüben Und Ich flieg mal wieder rüber Und Hab dich Achso Ne Moment Er muss das mit der Macht Warum Kam jetzt gerade Das letzte teil noch angeflogen Ups Ja Ja Okay Das ist glaube ich so Eins der schwierigste Findendsten Äh Bactatankchen Überhaupt So Hättest mir zumindest Das Herz geben können Moment Ja Ihr kloppt euch da mal Und ich Mach einen Abgang Was machst du denn da schon wieder Ey So Hier unten Ja Herzvoll Komm runter So Und Hoch hier Zack Also Zwei Herzen abziehen Ist kein Problem Schade Hätte ich den Sturmtruppler Helm bis hier Hier bekommen Dann wäre das Wäre das schon Meiner Wesen Ich nehme an Da ist ein Bactatank hinter Jawoll Oh Aha Ich bin dein Papa Nein Okay Achso Ja ich weiß Was kommt Blub Was ist hier Oh das hat weh Oh das hat weh Oh das hat weh Sechsfach Punktzahl Luke Skywalker Best Pin Okay Level abgeschlossen Barajedi Barajedi Was ist die Cantina Dann würde ich sogar Sagen Kann man Sechsfach Und zehnfach Punkte anhaben Kriegt man 160 Fach Punkte Das werde ich Jetzt ausprobieren Aber ich glaube Nicht Nicht So Und wir Kriegen Keinen Neun Und Wir Bekommen Sechsfach Punkte Der ist Superschlag Die geilsten Sachen haben wir Schon Aber Irgendwie Noch nicht die Die so Halbgeil Sind Moment Ja es sind Beide an Kriege ich Jetzt Ich kriege Wirklich Sechzig Fach Punkte Nein ernst Es gibt ja Nochmal Zweifach Punkte Vierfach Punkte Und Achtfach Punkte Moment Es sind 120 Danach Sind Es 480 Und Wow Danach 240 480 Mal 8 Ne 480 Mal 8 Wir waren bei 480 Glaube ich Ja ich glaube Ich war bei 480 Ja 480 Ähm Dann Sind wir Bei 4 mal 8 Sind 32 380 Und 8 8 mal 8 Sind 64 Das Heißt 3840 Habe ich mich verrechnet Ich glaube 3840 fach punkte Wenn alles stimmt was ich gesagt habe Dass Alle Ähm Dass die alle existieren Okay Gut Leute wenn es euch gefallen hat Like da lassen Würde mich auf jeden fall freuen Ich glaube mich jetzt hier Und wir sehen uns das nächste mal wieder Bei Lego Star Wars Hauts da rein Bis dahin Ciao Ciao Ciao